Hallo, liebe Jagdfreunde, heute sehen wir uns mal die gravierte Blaser F3 an. Die ist momentan exklusiv auf der Ser Hunter 2014 DVD erhältlich. Und wie man hier sieht, es ist eine wunderschön gravierte Flinte mit kleinen Goldeinlegerarbeiten. Und da muss ich sagen, das Waffenmodell ist wirklich gelungen, haben sie echt schön gemacht. Und ich werde jetzt mit diesem Baby auf die Jagd gehen und morgen, denke ich mal, werde ich ein Video hochladen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Ich werde jetzt ein Video hochladen. Ich werde jetzt ein Video hochladen.